so ja ich hoffe es klappt jetzt mit meiner Aufnahme und ich hab's euch willkommen zurück nach einer verdammten langen Zeit weil mein kompletter Rechner abgeschmiert ist und wir haben uns jetzt mal auf die Suche nach Millis Vater gemacht und nach Millie Miley, Millie ja sie heißt Miley, nein hallo, oh die Störung ist hier ein bisschen sehr toll Jolly es sieht aus als wenn sie leben aber sie haben sich in Stein verwandelt ja zumindest haben sie es warm hier, das Feuer brennt sicher, natürlich da geht's nicht lang ja komm oh, ja, da hab ich hier noch schon Millie komm mir nicht zu nah Punkt, Punkt, Punkt du darfst mich nicht berühren Vater ich kann nicht länger sicher, ne I cannot longer be saved ich kann nicht länger sicher sein ich kann nicht länger sicher sein ich weiß nicht, was ich jetzt damit zu tun hat, aber ich kann nicht eine Seite mal das Vater-Sendung in die Hand zu halten was ist das für eine Zeit das kann nicht passieren Jolly Dorn könnt ihr meine Tochter mit zurück in die Stadt nehmen Millie los komm los komm Millie Scheiße, der Vater ist tot das war meine Lieblingsfigur hier in dem ganzen Let's Play bisher weil er hieß Malthus und ja ähm das war's Entschuldigung, jeder äh, everyone sorry Entschuldigung, alle Warte Ach, Dorn ist es Dorn 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 Kraut von Mount Malthus zu holen hab ich recht I can always tell what you think ich kann dir immer erzählen, was du denkst Was sind das für Sätze? ernsthaft äh what were you thinking äh du hast wieder daran gedacht an einem gefälligem Platz zu gehen ganz allein ähm es tut mir leid äh guck mich an ähm cheer up oh we have to do this ähm freue dich denn all wir haben das denn all wir müssen das Kraut holen um deinen Vater, damit es sein Vater besser geht, richtig? ja ja, eine Sekunde, bitte bitte Wustanfall, okay, ähm aber aber ähm guck mich nicht so an, ne, don't look like don't I don't like looking at your face also ich mag es nicht in deine Sicht zu gucken, wenn du traurig bist don? äh, ich, äh du äh, du äh don? was ist los? ist in Ordnung? bleib weg von mir äh, es ist nichts es ist nichts aber ah halt, äh, äh, halt zusammen hold on, ähm, reißt dich zusammen ich hole jemanden ich werde jemanden holen so, oh und ich hatte das ähnlich mit was schön angenehm Jolly don, er ist ja, komm äh, or oh oh whenever there's trouble, the first thing also, immer wenn es ergibt, ist es erst sie an, dass sie, denkt Jolly das war gar nicht dort die Stimme, äh ach komm ich will ins Bettchen, äh, ich möchte ins Bettchen, ich lass mich dort nachts nicht nachts nicht aus dem Ding, aus dem Mädchen ziehen Jolly es ist dort, er ist ja, das hatten wir eben schon los, äh, losbeheilung hey, ich hab was gesagt, wuh, ich bin nämlich ein Jolly hab ich schon auch gemacht, ja okay, ähm so, äh okay, ähm bist du in Ordnung? äh über was redet ihr? aber äh, du bist ich sagte, es war nichts, oder? äh, don't get me wrong, I was just also, äh, es ist nichts mit mir, ich war nur ein bisschen der Chef von gestern äh 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 äh, aber Jolly, wenn du schon hier bist, dann lass uns das Kraut von Mount Methox holen wir müssen Millis Death retten okay ist der nicht in ähm, non von cool äh, dieser Name dieser Name äh, richtig Fellworms shoulder also, äh, da gibt es Fellwürmer, Fallwürmer ja, die fallen aus der Erde raus ähm, egal, okay kann ich laufen, kann ich laufen, kann ich laufen, kann ich laufen, ich kann nicht laufen, ich möchte gerne laufen hallo, lauf, 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 lauf nein, das war das Menü lauf, 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 lauf hallo ja, äh, okay, ähm ja, was mir noch einfällt, gerade was hat das opening eigentlich Raumschiffe mit sowas zu tun oh, Häschen, 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 Häschen tot oh, das war ein süßes Häschen und Willi kämpfe jetzt auch mal mit wow, das ist ja, ah, stimmt, vorher ist sie abgehauen ah ne, gar nicht äh, falsch muss nach oben, glaube ich oder? scheiße, wo muss ich lang hallo, sagt mir West, ach so, noch nach Westen Westen aber ich finde die Musik irgendwie noch nicht so toll von dem Spiel, also ja, ich weiß, ihr könnt die Musik wahrscheinlich nur extrem leise hören, weil äh, Soundkarte ist oh, das ist irgendwie ein bisschen im Eimer ein bisschen aber auch nur, okay das nenne ich mal Taktik irgendwie kann ich zur Zeit nur Jolly Befehle geben so was dann machen muss ich habe hier auch was halt schon irgendwas wird das gut sein ich weiß noch nicht was aber auch wird schon irgendwie Sinn haben stimmt, da ist ja Westen oh, an dem Moment Westen ist trotzdem da, links schlimm dass er sich ursprünglich für den Hasen gehalten hat was aber ein bisschen stärke setzen Hase ach komm, schlag mich nicht zapp und wir hatten kein Schatzkissen sondern nur doof hm, egal, ähm, Leute ich weiß jetzt nicht wie lange ich schon aufnehme also entweder mache ich gleich, wenn ich cool erreicht habe einen kurzen Schnitt und dann geht's dann morgen weiter, wenn die Aufnahme gelungen ist und sonst äh, äh, sonst oh mein Gott, abgelenkt, abgelenkt, abgelenkt nein ach komm, stirbhause und jetzt du noch bandit okay, ähm ja, oder ich würde sagen ich mach hier äh, ne, komm ich auch noch bis zu dem Village hin das soll hier noch oh, wo war das Village, ja okay, äh häschen, 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 zapp ähm ähm ja, was gibt's zu sagen ja, ich bin froh, dass mein PC wieder halbwegs funktioniert und grün liegt im Nordosten hm 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 äh äh, ja, das ist das sehr rückendisch, ich kann von da nicht lesen okay, wenn ich mittendrin hier aufnahme beende ich hoffe, es wird nicht schlimm, weil die grün ja, ja, okay ja, schon klar okay, ähm dann nur das da jetzt habe ich auch schon die oder erreicht fast und auch in KM fest in Häschen, häschen, häschen ja, oh guck, das war von der anderen Seite, egal ah nein, nein, ich bin verwirrt, gestanden und okay, ähm cool, milli kann halt sauber, so wie es aussieht zumindest so was ich grad gesehen hab, weil auf einmal hat dort wieder hallo, ach ja, die Steuerung ist echt noch ein bisschen in der Stadt rennt er, was er nicht machen soll und hier, oh der alte Mann es hat sich in den Stern verwandelt wir müssen nach Norden okay, ähm ich würd sagen, ich mach für heute hier Schluss und dann geht es nächstes Mal weiter hier und bis dahin, euer Glaubenschaft ciao 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 ciao